Das erste Spiel ist immer wichtig zu gewinnen, damit Ruhe herrscht, damit Selbstvertrauen in die Mannschaft kommt und im letzten Jahr haben wir unentschieden gespielt. Da war ja gleich ein Schuss Kritik zu hören und jetzt, auch wenn der Sieg in der 92. Minute ohne Frage etwas glücklich ist, aber wir haben drei Punkte gewollt. Wir sind zufrieden mit den drei Punkten. Es war gut, aber die erste Viertelstunde nach dem Wechsel war nicht gut. Da haben wir eigentlich fast das Spiel weggegeben und da muss man froh sein, dass man dann am Ende noch gewinnt. Wir haben in der ersten Halbzeit genauso dominant gespielt, wie wir letztes Jahr aufgehört haben. Wir haben dann nur in der zweiten Halbzeit zwischen der 45. und 55. Minute offensichtlich waren einige noch beim Pausentee, weil wir haben unkonzentriert gespielt, wir haben fahrlässig gespielt und dann kam das, was dann zwangsläufig passiert, der Ausgleich und dann haben wir natürlich viel Mühe gehabt, das Spiel noch zu gewinnen. Es war dieses Mal umso schwieriger, weil einige Jungs noch nicht topfit sind, worunter ich selber auch. Und das spürt man, aber deswegen muss man noch stolzer sein, dass man die drei Punkte holt am Ende. Es war eine Traumkombination zwischen Thomas und dir. Wirkt da dieses Training der Nationalmannschaft, WM und die Vorbereitung, dass ihr jetzt so viel Zeit miteinander verbracht habt oder ist das intuitiv so ein Spielzug? Also klar ist es von Vorteil, wenn man oft zusammenspielt, aber so ein Zusammenspiel ist dann auch einfach situationsgemäß, einfach intuitiv, dass man erspielt, geht weiter, ich lege ihn wieder rein und denke, dass es ganz ordentlich aussah. Wir haben auch in der Jugend schon eine Saison zusammengespielt und ich denke, wer uns beide sieht, der sieht, dass wir auch Spaß miteinander haben und dass wir uns gut verstehen, auch auf dem Platz. Und ja, war natürlich ein schöner Pass und wo ich gut vollendet habe, freut mich für mich persönlich und auch für die Mannschaft. Aber wichtig war halt, dass wir am Ende dann noch das 2-1 machen.